willkommen zurück bei home tech der mai ist rum wir schauen auf die nachteinspeisung und auf den ertrag vom balkon kraftwerk was hat es gebracht jeden monat jede menge geht los balkon kraftwerk benötigt schaut mal unten in die video beschreibung bei sunpower4u vorbei und auch die komponenten für die nachteinspeisung sind dort alle verlinkt so und jetzt geht es auf zu den zahlen wir springen wie immer direkt rein das heißt wieder links habt ihr meine kleine excel tabelle wer sich die taugen die tage genauer ansehen möchte einmal kurz das video pausieren könnt ihr sehen nicht wundern zwischen dem 11 und dem 14 mai steht bei der nachteinspeisung jeweils null kilowattstunden warum komme ich gleich noch darauf zu aber ansonsten die zahlen sehen eigentlich richtig gut aus und zwar das balkon kraftwerk an sich hat 78,2 kilowattstunden produziert die nachteinspeisung liegt bei 54,38 kilowattstunden macht eine gesamtproduktion oder eine gesamteinspeisung von 132,58 kilowattstunden schon sehr geil über 130 kilowatt verschenkt davon habe ich zwölf kilowattstunden das heißt selbst verbraucht habe ich 120,58 kilowattstunden und bei meinem aktuellen strompreis gibt das eine ersparnis von 43 euro und 36 cent wie immer hier ganz kurz der die übersicht einmal vom reinen balkon kraftwerk in dunkelblau und in grau auch noch mal die nachteinspeisung wie denn mehr ertrag am tag dadurch war also der graue balken ist im endeffekt nachteinspeisung und balkon kraftwerk zusammen ihr seht beim 11 bis zum 14 da ist bei der nachteinspeisung gar nichts aber nicht weil nicht irgendwas funktioniert hat oder kaputt gegangen ist sondern schlicht und ergreifend weil ich die power station fürs gewerbe tatsächlich mal als stromversorgung genutzt habe mal richtig als power station ja so wie der erfinder sich das mal gedacht hat und nicht als nachteinspeisung von daher war die hirn verlängert das wochenende nicht im einsatz aber das passt so weit so in summe für das jahr 2023 ergibt das eine gesamtproduktion vom balkon kraftwerk von 226,69 kilowattstunden die nachteinspeisung hat bisher 158 38 kilowattstunden gebracht das heißt zusammen sind wir bei 385 kilowattstunden im jahr 2023 das gar nicht schlecht verschenkt habe ich bisher 30 kilowattstunden ziemlich genau und selbst verbraucht dementsprechend 355 kilowattstunden das heißt ich habe bisher gute 127 euro gespart und so kann es weitergehen ihr habt gesehen diesen monat über 130 kilowattstunden ziemlich geil also ich feiere das ja schon so ein bisschen funktioniert einwandfrei so kann es weitergehen der sommer kann kommen und ja das waren die zahlen so weit wie immer wenn ihr fragen habt oder ähnliches rein in die kommentare und wir sehen uns dann natürlich auch wieder mit der nächsten monats auswertung das dürfte dann anfang juli sein wenn der juni vorbei ist bis dahin bedanke ich mich fürs zusehen wir sehen uns im nächsten video ciao